so liebe leute herzlich willkommen zu einem weiteren let's play blind let's play in die soulslike spiele hinein hier wie seht mit the surge lange habe ich es angekündigt und jetzt machen wir das war das ist halt deswegen wenn die soulslike reihe hineingekommen hier war das halt auch von deck 13 ist und deswegen hat die logische fortsetzung irgendwie 2017 erschienen hier von dem lords of the fallen was wir von 2014 was wir im ersten let's play hatten und ja diese logische konsequenz jetzt in einem anderen setting werdet ihr gleich sehen ja die fortentwicklung innerhalb des entwicklerstudios deck 13 sichtbar macht und deswegen bin ich ganz gespannt darauf hier rein zu gucken ich habe mir wieder mal keine let's play ist davor angeguckt das heißt es ist wieder ein blind let's play das heißt ich weiß auch nicht was mich erwartet genauso wie euch also echtes erstaunen und echtes echte wut inbegriffen sozusagen die härte ist angeblich enorm habe ich mir sagen lassen es gab viel kritik also tests die ich gelesen habe zum beispiel am treffer feedback wenn wir mal sehen ob wir das vielleicht auch ein bisschen wiedererkennen aus lots of the fallen da war es ja auch manchmal ein bisschen hakelig mit dem treffer feedback aber letztendlich hat man sich da gut eingefühlt das heißt auch so ein bisschen der vergleich jetzt in diesem titel wie habe ich mich denn jetzt gemacht ich habe ja jetzt mehrere let's play schon gemacht zu diesen soulslike titeln um ein bisschen herauszufinden was ist eigentlich der kern von diesen soulslike spielen das heißt wir geben uns jetzt hier gleich in so ein szenario von maschinenroboter apokalypse gleichzeitig ein bisschen kritisiert worden als abwechslungsarme spielwelt vielleicht ist das ja aus unserem eindruck aus meinem eindruck gar nicht so ich lasse mich da mal überraschen von dem spiel ja diese 0 lost souls 3 habe ich ja deswegen angefangen weil es immer so ein bisschen heißt das seien so hardcore spiele nur für die geilsten spielerinnen und spieler vorwiegend tendenziell eher unter männern so behauptet und ja ich wollte mich einfach mal gerne da rein arbeiten weil ich halt jahrelang gesehen habe so irgendwie ja ich traue mich ja eigentlich so richtig ran und vielleicht nehme ich ein paar von euch ja mit die sich dann vielleicht auch vorstellen können eher solche spiele anzufassen ja mein name ist nico nolden ich bin von der leibniz universität hannover und spieleforscher meistens im bereich public history geschichte und so und ja im arbeitskreis geschichte und digitale spiele hängen wir halt auch zusammen und versuchen halt spiele anders zu beforschen als das die letzten jahre so war und neue perspektiven darauf zu gewinnen deswegen ja auch meine quickshot reihe falls ihr die noch nicht kennt und schaut auch gerne in die anderen let's play rein hinein zu den souls like spielen immerhin ja mittlerweile lords of the fallen remnants from the ashes und ja das habe ich ja sehr geliebt habe ich gerade beendet jedi fallen order da muss dieses spiel hier erst mal gegen anstecken gegen so viel tolle story und aber ich habe vertrauen in deck 13 ich finde das ist ein sehr cooler laden und die machen sehr geile spiele vor lords of the fallen habe ich ja auch mal venetica angespielt damals aber das war so eins der spiele was so ein bisschen in die richtung auch in dieser souls like richtung ging als action adventure betitelt war aber eigentlich so in die richtung mit rein ging und deswegen für mich halt auch abschreckend war eigentlich müsste ich das auch noch mal als so ein retro let's play nachholen weil es war wirklich ein tolles spiel ja vielleicht noch vorneweg zu the search das spiel verkauft sich selbst als souls like das heißt es ist deswegen halt auch in dieser reihe drin weil es halt ganz klare anleihen daran nimmt und sich in der tradition auch selbst begreift auch wenn man so entwickler dokumentation und sowas anguckt das ist sehr deutlich zu sehen es hat ein bestimmtes feature deswegen eine warnung vorweg es wird ein kampfsystem sein wo man durch das abtrennen von gliedmaßen waffen und features also talente und sowas ausbauen kann das heißt man gewinnt die waffen nur in denen man gegnern gliedmaßen abtrennt das heißt seid nicht überrascht seid oder lasst es halt das zu gucken wenn euch das zu harter tobak ist ja und das andere ist halt es ist unverzeihlich und ungnädig so wurde es mir angekündigt das spiel wohl auch vielleicht wegen des treffer feedbacks wer weiß und deswegen ja könnte man fast sagen dieses let's play kriegt den titel unverzeihlich und ungnädig bis in die spitze jedes abgetrennten gliedes mal gucken was wir daraus machen also die explizite warnung hier an euch für dieses let's play sehr explizite gewalt quasi das ausschlachten von gegnerischen einheiten maschinenwesen aber auch so eine intelligente mechanik die damit verbunden ist nicht nur das aufklauben von ausrüstung sondern auch gezielte angriffe attacken je nachdem ob man eher heilung braucht oder ob man eher ausdauer braucht oder so das ist halt und oder ob man eher ausrüstung raus trümmern will aus den gegnern okay schauen wir doch einfach mal jetzt in die in das spiel rein starten wir das spiel im alten griechenland sagte man eine gesellschaft blühe auf wenn alte männer bäume pflanzen in deren schatten sie niemals sitzen wir neigen dazu das zu vergessen leichtfertig zu sein doch wir müssen diese aufgabe wachsen es ist an uns die saat auszutragen und es ist an uns sie zu hegen bis sie wurzeln schlägt krio ist nicht bloß ein unternehmen mit resolve legen wir den grundstein für einen weg in die zukunft folgt uns in eine neue ära ein utopia für die menschheit mit jedem start heilen wir diesen planeten die rückkehr zu einer verlorenen grünen welt wo unsere kinder im licht der sonne spiel resolve belebt unsere erde resolve belebt uns wir alle haben davon geträumt nun wird es durch krio realität gemeinsam sind wir stark gemeinsam können wir alles erreichen entfesseln dein volles potenzial mit uns auf Willkommen! Wie schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich und ich weiß, ihr freut euch auch. Creo. Ihr wisst, wer wir sind. Oder zumindest denkt ihr das. Wohin ihr auch schaut, wir sind da. Ob ihr uns seht oder nicht. Aber sehen wir doch mal genauer hin. Creo ist einer der größten Hersteller für Industrie- und Konsumgüter. Doch wir sind so viel mehr. Und darum seid ihr hier. Bei Creo greifen wir immer nach den Sternen. Klar. Wir hatten immer das große Ganze im Blick. Von unserer Arbeit in der Welt, über unsere städtischen Bildungsinitiativen, bis natürlich zu Projekten wie Resolve, die uns allen helfen. Creo will die Welt nicht nur verändern. Mit Projekt Resolve werden wir sie retten. Wir machen keine Unterschiede. Bei Creo ist jeder Teil der Lösung. Also willkommen in eurem neuen Leben. als Teil der Creo-Familie. Fahrtende. Rousseau-Station. Okay. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das kommt überraschend. Unsere Figur ist gehbehindert. Aber wenn man sich die Arme so anguckt, meine Herren, ey. Da werde ich neidisch. Also auf die Arme. Aber es ist Teil der Geschichte, dass er im Rollstuhl sitzt. Und hier kann man schon mal ein paar Leute sehen, wie sie ausgeschlaffiert sind. Ich muss auch nachher mal gucken, ob das mit dem Ton richtig ist für euch. Es wirkt teilweise von den Effekten her ein bisschen laut, aber... Oh, man kann reden. Hey, sorry, aber ich bin hier neu, Alter. Wo muss ich hin? Diese Station wird bald geschlossen. Bitte begeben Sie sich zur Jobregistrierung. Klar. Okay. Wir sind also auf der Suche, einen Job zu finden. In dieser Megakorb, die mit diesem freundlichen, familiären Ton eingeführt wurde. Willkommen bei Creo. Hm, denn Diesel ist auch dabei. Bitte begeben Sie sich zur Registrierung. Klar. Man ahnt so ein bisschen, dass das was mit den Maschinen hier zu tun haben wird, dass er jetzt noch im Rollstuhl sitzt, wahrscheinlich. Die Firma quatscht mir ein bisschen zu viel davon, dass sie uns die Zukunft bauen. Wer regelmäßig Computer spielt, weiß, dass das... Also es hat hier so ein bisschen Prey-Vibes. Also von dem neu aufgelegten Prey. Dass man da in so eine technisierte Welt kommt, die noch funktioniert und dann wacht man irgendwann auf und dann ist das halt alles vorbei. Auch ein sehr empfehlenswertes Spiel kann ich euch nur empfehlen. Become more than a man. Ob da Maschinenteile nützlich für sind. Ach guck mal, hier können wir sogar sehen. Registration Area. Also die haben aber eigentlich ein Problem mit ihren Monitoren, oder? Ja, da gehen wir dann gleich hin. Aber ich schaue mich halt immer gern noch ein bisschen um in der Spielwelt hier. Da hinten scheint irgendwie so eine Art Skybound Freizeitpark oder so zu sein. Okay. Offensichtlich ist nicht vorgesehen, mit dieser Behinderung mit einem Rollstuhl in die obersten Etagen vorzustoßen. Machines aren't taking your job. You are taking theirs. Okay. Also wir nehmen Maschinen die Arbeit weg. Das ist so eine interessante These. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drauf rumdenken, ehrlich gesagt. Wir bitten alle Fahrgäste sich umgehend zur Jobregistrierung zu begeben. Diese Station wird in Kürze geschlossen. Willkommen bei der Registrierung. Wir bei Creo glauben an das richtige Werkzeug für den richtigen Job in der richtigen Hand. Aha. Ist das die Station, in der wir uns hier befinden? Und warum wird sie geschlossen? Interessant. Erster Tag. Komm nicht zu spät. Okay. Das heißt, wir sind schon registriert oder was heißt das? Aber wieso wird diese Station geschlossen? Verlassen alle den Planeten? Das haben die Raketen so ein bisschen angedeutet, finde ich. Ich finde, er wirkt auch noch nicht ganz gesund, oder? Also er wirkt zwar kräftig und muskulös, aber... So ausgemärgelt. So. More than than just a job. A home, a friend, everything you will ever need. Ah, Orbel lässt grüßen. Bitte wählt zwischen unseren zwei derzeitig verfügbaren Positionen und bildet eine ordentliche Schlange. Nach der Registrierung erhält jeder Mitarbeiter seinen persönlichen Ausrüstungscoupon. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen leer dafür, dass hier eine Registrierung stattfindet, oder? Aber es wirkt auch noch nicht so, als wäre die Station kollabiert. Was haben wir hier? Save tomorrow today as heavy operator. Da ist noch nicht diverse dran. Offensichtlich gibt es hier dann halt einen Brachialarbeiter. Brut persistent. Ist das mein Kampfstil? Ich meine, so bin ich schon in Natura. Deswegen vielleicht lieber was leichtes. Industrial grade Cable Cutter. Das heißt, kann man hiermit eher Drohnen steuern oder so? Am Anfang hier schon so eine Entscheidung reinzubauen, wo man sich verskillen kann, ist aber auch irgendwie scheiße. Machen wir einfach Zufallswahl. Lebst du dein Leben gern auf der Überholspur? Creo liefert die Schnellstraße zum Erfolg als Servicetechniker. Agil. Vielseitig. State of the Art. Schalte mit uns einen Gang rauf. Und rette noch heute die Welt von morgen. Mhm. Das heißt dann wahrscheinlich weniger blocken und mehr rollen. So schlecht wie ich bei Star Wars Jedi Fallen Order geblockt habe, ist das wahrscheinlich auch besser so. Auch das scheint dann unser Anfangsgerät zu sein. Third Eye Headset. Mhm. Mal gucken. Mal gucken, was sie uns beim anderen sagen. Ja... Also ich gehe mal eher davon aus, dass das ein langsamer Kampfdesign wird, mit Blocken statt Rollen. Das klingt nicht, als wäre ich dem gewachsen. Ach guck mal, hier kann er sogar den Kampf stellen. Ich weiß ja nicht, was das bedeutet, aber wollen wir dann mal Servicetechniker sein? Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das im Unterschied oder parallel oder in Erinnerung an Lords of the Fallen spielt. Da liegen jetzt ja nun zwei weitere Let's Plays mehr spielen dazwischen. Insofern vielleicht für euch auch ganz interessant, weil ja eins meiner Anliegen ist, dass man euch so ein bisschen auch die Angst nimmt vor diesem Hardcore-Spiel, diesem Nimbus eines Hardcore-Spiels. Dass man sich hier so ein bisschen langsam rantasten kann mit den Let's Plays, die ich hier angelegt habe. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Naja, ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal ihn hier, den Servicetechniker. Was auch immer das bedeutet. Oh. Oh, die Schrauben ist doch nicht in die Reihen jetzt. Programm abgeschlossen. Patient sediert. Operation wird eingeleitet. Die Zukunft funktioniert ja hervorragend. Au, sagt man. Oh, ja. Implantiere Neuroling. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wie schön. Nicht nur nicht sediert, sondern auch... Ja, kaputt. Sensationell. Wie gut die Zukunft funktioniert. Moment mal. Was zum Geier. Okay. Da wollte ich die Sachen klauen, was? Sie wurden zur Demontage ausgewiesen. Was? Was wurde ich? Das sind ein bisschen viele Anzeigen. Distanzsensor habe ich. DLC-Inhalte habe ich. Ich habe gar keinen DLC. Okay. Was zum... Neustart-Coupon. Das ist quasi sozusagen eine Neuausrüstung der Fähigkeiten dann nachher. Drücke B, um ein Vital-Injektions-Implantat zu verwenden. So sieht bei der Aufzeichnung alles noch ziemlich stabil aus, ne? Mal gucken, wie lange das so bleibt. Drücke R, nach hinten. Das Anvisieren ist wie bei Jedi Fallen Order. Oh, vertikale Angriffe. Okay, das muss ich lernen. Also R, B. Ah, von oben. So kann man es auch nennen. Ein kritischer Fehler. Okay, das sieht aber nicht mehr nach der glänzenden Zukunft aus hier. Haben Sie mich jetzt etwa... Also erst schrauben Sie mir den Mist da rein und dann werfen Sie mich auf den Müllhaufen. Oder ist das vielleicht noch gar nicht das ganze Problem? Okay, ich muss aufhören, aufpassen, dass ich nicht immer auf B klicke. Weil das unsere, unsere Stim-Packs sind sozusagen, unsere Estos-Flakons. Okay. Jeder Angriff und jede Aktion verbrauchen Ausdauer. Habt ihr das auch eben gesehen? Irgendwas spinnt hier rum bei der Aufzeichnung. Hoffentlich ist es nur der Monitor da drüben. Okay. Drücke A, um auszuweichen. Okay. Das war wohl nicht so gut ausgewickelt. Starte Exos an der Midi-Bay neu. Was ist eine Midi-Bay? Klingt nach einer Medizinstation. Die Erde braucht keine... Nein, jetzt bin ich ja wieder nicht ausgewichen. Boah, ich muss mich jetzt erst mal die Steuerung gewöhnen hier. Jetzt hab ich mir tatsächlich wieder so ein Stim-Pack reingepfiffen, weil das die Ausweichtaste ist in den anderen Spielen. Das ist natürlich kacke. Besiege deine Gegner, um Altmetall zu erhalten. Boah. Okay, das muss ich wirklich üben. Da werdet ihr ein paar sehr harte Stunden mit mir verleben, bis ich das begriffen hab. Besiege deine Gegner, um Altmetall zu erhalten. Okay. Okay, also hier ist aber kein Gegner dran. Die Frage ist nur, wer blendet man das hier ein? In Halluzinationen oder was? Okay, die Erde braucht keine Auflösung oder Lösung. Halt der LB gedrückt, um Angriffe zu blockieren. Der LB ist oben, ne? Links oben am Controller. Okay. Aber wohin packen sie denn die ganzen Sachen? Ah. Ausgediente Kettensäge. Metallinjektion. Kann ich irgendwas davon einpacken? Ach guck, ein Distanzsender. Mechanisches Gegengewicht. Kernleistung. Vielleicht Waffen, physischen Boden und Bonusschaden. Ach, das kann man also in Waffen einbauen. Wahrscheinlich an irgendwelchen Werkbänken dann. Dieser Sensor aber scheint ja, löst ein Tonsignal aus. Können wir das einsetzen? Oder verbraucht das dann zu viel Energie oder sowas? Das müsste ja... Ah, da unten. Verbrauchte Kernleistung. Drei von zehn. Ja, aber das könnte doch sein, dass wir das noch dürfen, oder? Drei von zehn. Klingt jetzt noch nicht nach Fat Roll, wie es so schön heißt. Sollen wir hier Organizer. Ah, das war das, was wir eben bekommen haben. Willkommen bei CREO. Bitte lösen Sie Ihre persönlichen Ausrüstungskoupons bei einer beliebigen Montageeinheit ein, um Ihre zugewiesene Ausrüstung zu erhalten. Nur für den persönlichen Gebrauch. Aha. Wir kriegen also... Können wir vielleicht einlösen irgendwo. Konzern-Update. Questgegenstände. Hallo nochmal, CREO-Personal. Wir haben in letzter Zeit zahllose Fragen über unser nächstes Projekt im Postfach gefunden. Genug also, um reinen Tisch zu machen und euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Selbst in genau diesem Augenblick haben unsere besten Wissenschaftler nur ein einziges Ziel, euer Leben besser zu machen. Zu viel sagen darf ich natürlich noch nicht, aber wir haben riesige Fortschritte im Bereich Nanotechnologie gemacht. Was gestern noch Utopie war, ist heute schon fast... Fast Realität. Unsere Forschungsabteilung hat derweil die Veröffentlichung mehrerer neuer Ausrüst... Ausrüstungs... Pakete abgesegnet. Ausrüstungspakete. Geniale Wissenschaftler haben sich Tag und Nacht die Köpfe zerbrochen, um Medizin, Weltraumforschung und Molekulartechnologie zu revolutionieren. Seid dabei und macht noch heute einen großen Satz mit in die Zukunft. Euer Begleiter Don Hackett. Ja, Don. Ich würde am liebsten diese Tasten tauschen, hier für ausweichen und so. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das mit dem... Achso, das lag ja auf diesem Steuerkreuz bei Jedi Fallen Order mit dem Stimpack. Das war ja auch nicht so ideal gelöst. Okay. Creo World Ticket. In diesem Tagesticket bekommt ein Creo Mitarbeiter inklusive Familie in Creo World uneingeschränkten Zugang zu allen Fahrgeschäften, Spielen und Vorstellungen. Achso. Das ist eines der DLCs. Aber ich bin mir auch gar nicht bewusst, dass ich das geshoppt habe. Okay. Vielleicht ist das nur eine Werbung und man muss es dann kaufen. Neustart, Coupon, Questgegenstände. Rich Roboter Productions präsentiert volles Stolz. Frontier Riders, Staffel 8. Endlich zurück und noch mehr Abenteuern, Salonschlägereien und Heldentaten. Dieses längst überfällige Comeback wird mit seinem neuen Ensemble und zahllosen Wendungen für jede Menge Aufsehen sorgen. Jetzt die ganze Action erleben frei nach dem Motto Go West. Ist das eine Art Total Conversion oder was? Sicherheits-Memo, Questgegenstände. Details. Memo an alle Echelon-Teams. Die Sicherheitsprotokolle des Tresorraums für genehmigungspflichtige Werkzeuge wurden kompromittiert und mehrere wertvolle Echelon-Ausrüstungsgegenstände entwendet. Die Wiederbeschaffung dieser Gegenstände sollte für das gesamte Personal Priorität der Kategorie Beta und somit Vorrang vor Dienstanweisung der Kategorie Gamma und darunter haben. Finden Sie die abtrünnigen Diebe, bergen Sie die entwendeten Gegenstände und neutralisieren Sie alle Täter. Beginnen Sie Ihre Suche im Fertigungskomplex B. So lauten Ihre Fähle. Es folgt die Liste der Ausrüstungsgegenstände. Aha. Da können wir offensichtlich ein bisschen Zeug finden. Was ist das hier noch? Was gibt es Neues bei Creo? Ist das dasselbe wie da oben? Hallo liebe Creo Mitarbeiter und willkommen bei der neuesten Ausgabe eures liebsten Newsletters. Was gibt es Neues bei Creo? Also was gibt es denn Neues bei Creo? Nun, wir verwirklichen hier unsere noch größten Träume. Während nicht seit die Menschheit schon gern im Himmel blickt, wollen wir zu den Sternen greifen oder nach den Sternen greifen. Auch das macht uns zur am weitesten entwickelten Spezies auf diesem Planeten. Und während Creo die Erdatmosphäre bereits Tag für Tag Rakete für Rakete heilt, planen wir bereits den nächsten großen Schritt. Orbitalkolonien und vielleicht eines schönen Tags auch Reisen zu den Sternen. Denn nichts ist unmöglich mit Creo. Wenn dann mal nicht jemand seinen Claim zurückhaben will, nicht wahr? Irgendein Autobauer. Ihr solltet daher auch wissen, dass wir an einer Reihe genialer neuer Werkzeuge gearbeitet haben, die speziell für die Arbeit im Orbit oder die endlosen Weiten zwischen den Planeten gedacht sind. Dank brandneuer Hyperkühlungstechnologie und einigen technischen Innovationen könnt ihr euch getrost darauf verlassen, dass unsere Zauberkünstler in Forschung F Entwicklung und den Biolaboren schon jetzt fleißig auslosen, wenn er nach oben fliegen und die ganzen neuen Spielzeuge zuerst ausprobieren darf. Wie das halt so ist bei Creo. Gerade wenn man meint, besser kann es nicht mehr werden, wird es doch noch besser. Euer bester Freund Don Hackett. Also wenn mein Chef mich ständig als bester Freund anlabern würde, würde ich aber, glaube ich, ein bisschen reserviert reagieren. Okay, wir haben hier Implantate uns angeguckt. Obwohl, da gab es noch mehr, ne? Was ist das hier? Gesundheit wiederhergestellt. Injektionen, die leben wiederhergestellt. Natürlich steht Sicherheit bei Creo an erster Stelle, denn das sind angemessene Vorsichtsmaßnahmen unerlässlich, um sich auf den unwahrscheinlichen Ernstfall vorzubereiten. Anfällen und Verletzungen stabilisieren diese Notfallinjektion den unglücklichen Mitarbeiter, damit er umgehend weitere medizinische Betreuung suchen kann. Aha. Ist das Verbrauch dann? Wer wird das da einbauen? Das können wir nicht einbauen, oder? Nö. Okay, Waffen. Was haben wir in dem Kopfmodul? Ach, man kann sich da Dinge reinflanschen dann. Okay. Ausgediente Kolbenstange. Ist ja auch nicht sehr präzise Wuchtmittel, Angriffsgeschwindigkeitmittel. Achso, man gewinnt dadurch Energie, wenn man zuhaut. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. 75 Altmetall haben wir da unten. Was auch immer das dann genau bedeuten soll. Oh. Ich hab da was gehört. Ich werd bei solchen Spielen immer paranoid. Oh. Sechsmal Kraftregulator, sechs pneumatische Helix MK. Was zum Teufel? Oh, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Falsche Taste. Inventar. Enthält zerstörte Ausrüstungsteile. Hm? Was? Was war da jetzt gemacht? Ich denke, ich hab eben was aufgesagt da. Wird verwendet, um Armschutzmark 1 herzustellen. Elektrisch angesteuerte, flexible Fasergeflechte sind ein wesentlicher Teil moderner, kraftmodifizierender Exo-Ausrüstung. Dann Creos spezieller Dämpfungsträger gehören Eigenverletzungen bei ordnungsgemäßem Gebrauch schon fast der Vergangenheit an. So wie ihr mich vorher sediert hattet. Genau. Achso, und dann kann man entsprechend hiermit ein Beinmodul Mark 1 herstellen. Okay, das heißt Mark 1. Also es gibt verschiedene Level dann. Okay. Ah, hier sieht man das Profil. Oh Mist, das verdeckt jetzt ein bisschen was. Unter meinem Gesicht steht nur Exo-Rig Creo PS01 Limited Rig. Das scheint wohl mein Anzug zu sein. Ansonsten könnt ihr alles ganz gut sehen. Ausgediente Kolbenstange. Das ist ja mal weit eng. Okay. Das Hüpfen fordert auch Energie. Kann man irgendwie auch ausweichen? Immerhin lädt sich das sehr schnell wieder auf. Moment, hier kamen wir ja her. Ich trottel nach. Da müssen wir durch. Raketenfriedhof. Wie lange hast du geschlafen, Junge? Du hast ja auch eine Kopfverletzung nachher. Oh, was habe ich denn hier gemacht jetzt? Achso, ich muss ja auch... Okay, das war... Okay, das war... Ja, Nico ist, wenn man schon im Tutorial stirbt. Ja, scheiße. Okay. Aber wir brauchen einen intakten Kern. Okay. Versuchen wir es... Versuchen wir einfach besser zu werden. Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen. Was man jetzt mit den Schultertasten angreift, ist für mich eine große Umgewinnung, weil ich bis vorgestern noch Jedi Fallen Order gespielt habe. Okay, man kann diese Angriffe scheinbar auch verketten, ne? Okay. Sind die Dinger jetzt halt hier wieder weg oder liegen die irgendwo rum? Habe ich die alle verloren jetzt? Ach, komm. Ne, das hier habe ich noch alles. Das habe ich auch noch. Okay, es scheint ja halbwegs gnädig zu sein dann. Okay. Probieren wir es mit den Blocken nochmal. Okay, aber zu den Feuerdrohnen... Ach, guck mal da. 1,29. Unser Zeug liegt da noch rum. Okay. Dann werden wir das jetzt wohl mal ein bisschen üben, ne? Sag mal, ich konnte gar nichts machen. A, nicht ausweichen? Okay, das heißt, unser Zeug ist dann jetzt wohl doch weg. Nicht gut. Dann werden wir jetzt wohl ein bisschen trainieren müssen hier. Ach, jetzt mache ich das wieder falsch, ne? Dieses Tasten-Memory ist noch so drin. Das ist schrecklich. Okay. 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 Das mit dem Blocken muss ich auch üben. Ja, ich weiß nicht. Es bringt ja nicht viel, da nochmal wieder hinzugehen und immer wieder drauf zu gehen, oder? Vielleicht finden wir hier oben noch was Schönes. Ach, hier sind ja jetzt zwei von der Sorte. Medizinischer Monitor. Und nun? Ich glaube, unser Almetall da drüben kann man vergessen. Ich musste ja unbedingt da hinten lang schleichen. Oh, die Fässer sehen auch gefährlich aus. Die Fässer sehen gefährlich aus. Lass mal hinschleichen. Okay. Linke Taster, um schnell zum nächsten Gegner zu wechseln. Oh Gott, bis ich das drauf habe. So, das Inventar öffnen soll ich? Okay. Und nun? Zeigt den Gesundheitszustand von Gegnern an. Ah, okay. Das heißt, man kann seine Spielerfahrung damit auch modifizieren. Das finde ich ja nicht schlecht. Das heißt, wir kriegen Lebensbalken, wenn wir das denn wollen. Kann man ja sogar wieder rausnehmen, wenn man Bock hat. Achso, warte mal, wie sieht das jetzt mit der Kernleistung aus? Achso, verbraucht null. Okay. Okay, müssen wir hier durch? Kriege ich gleich jetzt hier einen YouTube-Strike wegen der Musik? Okay, hier kann ich also den Anzug neu starten. Ihr Energiekern scheint defekt. Um alle Funktionen Ihres Exos nutzen zu können, wird ein funktionstüchtiger Energiekern benötigt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten für einen neuen Energiekern, wenn Sie sich bitte an einen Ausrüstungsbeauftragten. Ja, gut. Mal fragen, wer von den Robotern ein Ausrüstungsbeauftragter ist. Das müssen wir dann wohl da gucken. Okay, jetzt können wir nichts machen, oder was heißt das? Tausche da einen defekten Energiekern aus. Ja, aber wo? Ist das ein Energiekern hier, oder was? Sieht so aus. Oh, wer bist du denn? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, ah, da. Ihr Exo-Rig wurde beschädigt und das Notsignal hat sich aktiviert. Sie müssen zurück in die Fabrik. Ähm, achso. Gut. Hier komme ich. Ja, Fabrik. Geh' ich einfach mal weiter in Richtung Fabrik, ja. Ich würde definitiv davon abraten zu laufen. In der Nähe sollte es eine Magnetbahn geben. Die sind nie weit weg von den Service-Stationen. Das Ding läuft doch. Das ist mein geringstes Problem. Ich meine, ich kann laufen. Hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal behaupten könnte. Gut zu hören, aber der Exo-Kern sieht nicht gut aus. Sie brauchen einen neuen, um ihr RIG voll funktionsfähig zu machen. Sie sieht auch nicht gut aus. Ich kenne sie nicht mal. Ich bin hier umgeben von Leichen. Vielleicht kann sich ja jemand erbarmen und mir sagen, was zur Hölle hier läuft. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Sie müssen wieder reinkommen. Vielleicht können Sie irgendetwas machen, um sich zu verteidigen. Die Service-Stationen verfügen immer über eine Montageeinheit. Fein. Bin unterwegs. Seien Sie vorsichtig. Und tauschen Sie bei Gelegenheit den Exo-Kern Ihres RIGs aus, sonst kommen Sie nicht weiter. Vielen Dank für diese Information. Kann man da nochmal hintergehen? Sie sind immer noch hier? Da draußen kann ich nicht mehr für Sie tun. Sie müssen zurück in die Fabrik. Okay. Fein. Bin unterwegs. Seien Sie vorsichtig. Und tauschen Sie bei Gelegenheit den Exo-Kern Ihres RIGs aus, sonst kommen Sie nicht weiter. Okay. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr, dass ihr auch in diesem Let's Play wieder dabei seid. Ich bin gespannt, wie sich dieses Let's Play entwickelt. Ich finde den Ansatz schon mal sehr cool mit den Anzügen. Und ja, mal gucken, wie ich das mit der Steuerung umgewöhnen kann. Ihr werdet mein Leiden dann ja sehen, mir die Jedi Fallen Order Spielmechanik rauszuprügeln, um mir diese neue reinzuprügeln. Mir gefällt der Look schon mal. Mal gucken, wie sich diese Story weiterentwickelt. Dann bleibt immer schön neugierig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Surge. Bis dahin.